Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dead Age. Oh, Position. Wache. Bill wird Läger. James. Ja, warte mal. Irgendeine hatte ich noch auf. Du warst auf Survival. Wer war denn auf Handwerk außer... Ich werde dir auf Handwerk gut war. Medizin, Wachsamkeit. Will ich Wesen dabei haben eigentlich? Ach, warum eigentlich nicht? Geheiz sind wir ja soweit. Du warst auf Handwerk. Okay. Ach, komm, mach mit den Hosen. Sharon. Die war auch auf Handwerk. Oh, Munition kann man gerade nicht machen. Kannst du eine gute Waffe machen. Noch nicht. Warum Baseballschläger war nicht schlecht für den Anfang? So, dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal in die Stadt. Seltene Waffenthaler und die Stadt nachts. Militärische Waffenthaler. Ach, warum nicht? Oh, ist das laut? Ah! Oh, der ist schwächer. Oh, der ist schwächer. Oh, eigentlich wollte ich gerade einen Streuschuss machen, aber so geht's auch. Militärische Waffenthaler. Militärische Waffenthaler. Oh, die brauchen wir. So, du machst wahrscheinlich Regeneration. Ne, mach Regeneration. Dämmchen, oder? Dämmchen, oder? Können wir auch zuschlagen, macht eh keinen Unterschied. Was? Okay. Was steht denn? Oh, nach oben haben wir gar nicht so viel. später noch mal treu schuss und die hälfte ist tot nicht so schlimm guter schuss ausrüstung ok die habe ich jetzt haben wir hier nichts weiter oder los geht's ok das würde ich nicht retten da ist es fast egal die hau ich jetzt eh um hat ja der regen ist immer so extrem laut ok gut dann schießen wir euch halt nieder munition habe ich ja nächste runde seid ihr fällig oh feuer wieder nicht schön was passiert wenn ich die erschieße dann passiert nichts ich habe vergessen was das macht mehr angriff glaube ich beim nächsten Mal ich nicht gut aber die fähigkeit ist wirklich gut das hat deutlich mehr leben hat plötzlich lichter eines punk lagers schön überzeit sein aber ihr konntet wird wohl ausrüstung finden könntet ihr ach warum nicht nicht ich wollte nach außen gebogenen auch nabel gott das hat jeder nie weg gehauen so eine kräuterhexen der attentiere hat nicht ne Das ist ein modifizierter Knüppel. Ah, okay. Der ist aber scheiße. Aber er ist besser. Oh, das sollte eigentlich noch gar nicht passieren, aber auch gut. Der Rest wird jetzt einfach umgeknockt. Ach, lass mich doch in Ruhe. Vielleicht soll ich einfach durchlaufen. Oh, das ist aber nicht schön. Die Bombe wird nicht hochgehen, aber trotzdem nervig. Oh, Mist. Das war ein Fehler. Überhaupt nicht mit mir anzulegen war ein Fehler. Ah, ich dachte, wir machen einen Scheiß für dich selber. Immer schön alle abknallen. Mal mit ihm. Ich bin der Fall von der Fall. Ein Mann mit ihm. oh die brauchen selber die Täterfähigkeiten das ist natürlich echt was gutes gewesen mach was dämliches genau sowas okay zwei Erwachung der 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 das ist also heute passiert aber ich nur Mist. okay das war nicht schlecht wüter und brennen da auch noch ein wütender wüter ja dann mach das ruhig wüter sind jetzt nicht die liebenswertesten geschöpfe und bürger ist gut zwei wüter und hässliche dabei sogar noch schneller als wüter saftarsch das ist auch nicht schön guter bin ich neig 13 schon noch ein paar punkte ja entdeckt ein ziemlich gefängnis er könnte in falle sein aber auch ein wunder wunde check wir haben zu überlisten der blusse gefangenen scheint das geeignet schüchtern von einem fähigkeiten zu sein mit gespielten lächeln haltet ihr eine betreffende belohnung ok nehmen wir gleich mal und weiß ich war nicht am meisten verletzt ich muss da aufpassen dass ich nicht so viel habe mann hört auch so viel auszuhalten virusbombe ok zwei müssen sterben naja die virusbombe wird keine probleme machen die eher ja jetzt noch ein bisschen jennifer was erlebt noch ja man merkt aber dass dieses gebiet haben ein vielfaches schlimmer ist noch ein streuschuss und der erste ist tot da müssen wir erstmal noch andere munition verwenden und da endlich ausrüstern na endlich wieder so ich habe ja genug davon ja da habe ich mir jetzt genug von da kann ich mich auch ein bisschen durch ballern Ich will nicht schaden, ich mache. Oh nein, ich habe ein Puppendes Blut. Erschießen. Genau deswegen... Genau. In dem Fall, dass er nämlich eins von dem blockt. Von hier aus, sieht hier aus. Ah, Jennifer. Jetzt passt es nicht schon wieder. Gut. Ich müsste fast schon auf Gold Munition hier wechseln, tatsächlich. Genau. Da geht doch. Er schießt hier, Alter. Schlag mal ihn zusammen. Ja. Der andere Plan gab es, den sie jetzt verworfen hat. Pracht gibt sie euch die verdimmte Belohnung. Ja. Ich habe hier aber auch nur beschissene Gegner. Ah! 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 Da schießen wir erstmal die Polizistin. Mitten in die Titte. Ja, macht das nur. Hey, der ist ein Schnurber! Na, reicht nicht. Kommen wir aus. Wir sind jetzt hier. Weil sie ist eh tot. Oh, Stahl. Bin ich denn? Oh, schon fast durch. Kann man da wieder den fetten Klauen als Gegner? Oh nein, ich habe keine... Ich hatte auch... Auf habe ich nicht geachtet. Reicht das dadurch jetzt? Oh ja, tatsächlich. Ich muss Munition nachladen. Okay. Gut gemacht. Amazing. Achso. Die muss ich mal verkaufen. Oh, ich habe ja noch Gold. Das ist ein Lessing. Hier vernehme ich trotzdem mal Gold. Ein Zombie klauen, ja. Das ist ein Lessing. Hier vernehme ich trotzdem mal Gold. Und dann versuchen wir es einfach mal. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Gut. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Okay. Okay. Nicht so. Nicht so. Und ist der tot. Ja, der wird jetzt umgelegt. Ja, der wird jetzt umgelegt. So, nächste Runde bist du fällig. Wie geht der eigentlich? Oh Gott. Der geht noch so weit gut. Hilf mal kurz Mason. Da habe ich keinen Bock, dass er drauf geht. Du, hilf mal Jennifer. Ich habe keinen Bock, dass sie drauf geht. Das war's. Das war's. Kampfstiefel. Geile Sache. Ich glaube, nächtliche Stadt ist auch das Schlimmste. 47,8 Material. Okay. Nahrung. Jo. Okay. Gepasst, passiert was? Ich stehe hier an, kommen wir miteinander zu. Okay. Ah. Lass uns ein paar mal rüber reden. Blablabla. Highway. Woah. Ach so, ich bin wieder... Ach, ich habe mich hier geheilt. Richtig. Shop. Kaufe ich... Verkaufe ich dir... Irgendwas Gute? Oh, die hier nehme ich. Das habe ich immer nicht kapiert, wie die funktionieren, aber ich nehme so mit. Oh, die nehme ich auch mit. Das habe ich vielleicht nicht kapiert. Das habe ich mir nicht kapiert. Das ist die meine Pistole herunterladen. Und ich habe nicht kapiert. Das habe ich nicht kapiert. Das habe ich nicht kapiert. Das ist die meine Pistole. Wann habe ich viel Kram. Oh, seine Tätermunition ist auch nicht schlecht. So, zurück zu uns. Das ist mal richtig gut. Das ist etwas richtig Gutes gewesen. So, zurück zu uns. So, zurück zu uns. Geh mal, Jürgen. Diese Woche. Und Sharon war doch auch Handwerker. Haben wir noch Waffenteile? Nee. Dann... Passt doch mal mit auf. So, was müssen wir machen? Highway tagsüber. Ja, oder warum nicht? Ja, oder was? Oh. 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 Ah, Serum, gut. Davon haben wir nicht mehr so viele. Was? Einer? Das ist ein Witz, oder? Ah, eine Krankenschwester. Nur meins. Ich muss gar nicht groß nachdenken, was ich hier tue. Ah, er hat sich brechen gemacht, natürlich. Einmal Jennifer. Oh, Mist. Einmal Jennifer. Ein bisschen erste Hilfe hat noch keinem geschadet. Zack. Oh, ein Softdrink nehme ich auch gern. Und noch eine untote Krankenschwester. Und Schuss und Tod. Oh, Gott, ist der Kacke. Ich weiß noch gar nicht, ob das gezählt hätte, ihn zu töten. Oh. Schlicksträger. Und ein Treffer. Jack geht's gut. Du, heisst mal Amazing. Du legst ihn um. Oh, ein Streuner Level 2. Das ist echt schon geschenkt. Die Stufe. Ich weiß noch gar nicht, ob es geht. 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 Ich weiß noch gar nicht, ob es geht.